In diesem Video möchte ich euch ein Tutorial zu Heroes of Might and Magic 3 mit Horn of the Abyss als Mod präsentieren. Es geht vor allen Dingen darum Grundlagen zu lernen. Ich mache es auch ein bisschen anders als bei den anderen guten Start Videos und zwar werde ich auch vor allem etwas weitergehende Strategien und höhere Schwierigkeitsgrade beleuchten, da ich davon ausgehen kann oder will, dass die meisten von euch das Spiel schon mal gespielt haben. Das heißt, ich zeige euch eher einen guten Start darin, wie man gewisse Hürden übergeht, wie man sein Spiel maximieren kann und wie man besser werden kann. Das heißt natürlich nicht, dass Einsteiger hier nicht viel mitnehmen können. Ich werde auch die grundlegenden Dinge, die man in den ersten Runden beachten muss, noch mal erwähnen, aber eben darauf bezogen, dass ich versuche, mein Spiel möglichst maximal auszulegen und nicht von Anfang an sage, ich mache einfach, wie ich lustig bin. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne, lasst ein Like da, das wird mir auf jeden Fall helfen. Wenn ihr das Spiel auf hoher Schwierigkeitsstufe spielen wollt, also 200 Prozent, wie ihr hier sehen könnt, solltet ihr das Spiel auch möglichst mit einer einfachen Fraktion beginnen. Ich würde euch empfehlen, sucht euch am besten die Burg aus und überlegt nicht lange, was ihr sonst noch nehmen könntet. Natürlich könnt ihr auch nach Präferenzen gehen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber ich weiß, dass die Burg, also Castle, das mit am einfachsten zu verstehen ist, was man auch in Horn of the Abyss sehr gut anwenden kann, um die ganze Geschichte zu lernen. Wenn ihr so eine Fraktion wählt, dann müsst ihr immer auch bedenken, welche Ressourcen sind wichtig für euch und welchen Helden nehme ich mir. Auch da würde ich mir am Anfang erstmal keine Gedanken machen. Wir wollen ja hier erstmal trainieren und schauen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt aber ganz klar Favoriten bei den Helden, die bestimmte Fähigkeiten haben, die einfach besser sind. Zum Beispiel ist sowas wie Basic Offense, also Nahkampfschadenerhöhung prozentual immer besser, als so etwas wie hier bei Sorsha Leadership. Leadership erhöht zwar die Moral, ist ja ganz nett, aber auch hat kein Hältnis zu Offense oder Armour, also wo ich mehr Rüstung habe, Rüstungsmacher oder zum Beispiel Archery, wo ich die Fernkampfeinheiten buffen kann. Und ja, manche Profis von euch höre ich jetzt wahrscheinlich rufen Omni, aber es gibt auch noch die Klasse. Wir haben jetzt Sorsha als Knight, Ritter und die Klassen sind bei Castle generell nicht so stark. Knight oder Ritter hat halt bestimmte Fähigkeiten, die er lernen kann, während die Magier, das sind hier die Kleriker bei Castle, bestimmte Magierklassen oder Magierfähigkeit lernen können. Da sind die Kleriker leider sehr schlecht. Castle ist generell nicht das stärkste, wenn es ums Line-Up von Helden geht. Das soll uns aber jetzt erstmal nicht so kümmern. Wir wollen ja erstmal grundlegend diese Schwierigkeiten kennenlernen und sehen, wie man da vorgehen kann und muss vor allen Dingen, um dann einen Fuß auf den Boden zu bekommen und langfristig auch mal KIs zu besiegen. Und dann kann man überlegen, was man im Multiplayer, wenn man darauf Bock hat, denn auch alles leisten muss. Ihr seht, habe ich das Spiel jetzt schon mal gestartet, damit wir uns auch wirklich die Abenteuer der Strategiekarte einmal anschauen können. Wichtig ist noch für die Fraktion, dass jede Fraktion so einen Schwerpunkt an Ressourcen hat. Wir sind ja jetzt Castle, wir haben also sehr viel Bedarf an Edelsteinen. Diese Edelsteine müssen wir also immer im Hinterkopf behalten, dass wir dafür sehr viel brauchen, gerade um unsere stärkste Einheit, den Engel bzw. den Erzengel zu rekrutieren. Doch das ist schon Zukunftsmusik. Am Anfang sind uns vor allen Dingen drei Ressourcen wichtig. Das wäre Gold allen voran, Holz und Erz. Diese drei Ressourcen brauchen wir, um grundlegend unsere Startposition zu verbessern und die ersten Gebäude zu bauen. Denn ganz wichtig, wir wollen jede Runde möglichst ein Gebäude bauen, selbst wenn es nicht das optimalste ist. Nachdem uns das klar ist, gehen wir also prioritätengemäß auf die Abenteuerkarte ein. Wir sehen jetzt einige Dinge, ihr seht aber auch sehr viel nicht. Wichtig ist, in der ersten Runde zuerst mal zu schauen, wo komme ich leicht an Geld heran. Da fällt direkt die Truhe da vorne auf. Diese Truhe gibt uns entweder Gold oder Erfahrung. Ich habe zumindest als Kind immer wieder Erfahrung genommen, weil ich dachte, cool, auflevel, macht Spaß. Wenn wir aber in so einem Start haben, müssen wir erst das Gold sammeln. Dieses Gold kann von 500 Gold bis 2000 meiner Meinung nach gehen und bringt uns natürlich dann mehr oder weniger Vorteile, wodurch wir unsere erste Runde hoffentlich schon mal so weit steigern können, dass wir da profitieren können von. Ich kann euch auch schon mal sagen, schämt euch nicht, wenn ihr mal ein neues Spiel starten müsst. Denn wenn ihr gegen die KI auf dieser Schwierigkeitsstufe mit null Ressourcen gewinnen wollt, werdet ihr auch sehr gute Bedingungen brauchen. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung, auch nochmal neu zu starten, bis die Karte, die ja wirklich sehr zufällig generiert wird, einigermaßen eurer Vorstellung entspricht. Und das, ob ihr es glaubt oder nicht, ist tatsächlich erst mal alles, was uns der Startbildschirm bieten kann. Nur noch einen weiteren Punkt, die Straße. Die Gegner, die ihr sehen könnt, werdet ihr erstmal nicht angreifen und besiegen könnt. Und da ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt, wir haben hier einmal den Imp oben zu sehen und zum Beispiel diesen Kremlin. Der Kremlin ist ein Fernkämpfer, der Imp ist ein Nahkämpfer. Am Anfang solltet ihr euch eigentlich mit keinen Fernkämpfern anlegen, auch wenn die wichtige Goldreserven oder sowas besetzen, fangt einfach neu an oder beißt ihr den sauren Apfel und schaut, dass ihr eure Goldreserven irgendwo anders herbekommt. Ihr seht also, ich bin mit meinem Helden ein wenig weitergelaufen, ganz langsam in die Straße entlang und zu sehen, was kann ich noch finden. Wir fallen da vor allen Dingen der Koboldzirkel da unten auf, wo der Kobold tanzt und der Goldhaufen. Die beiden Dinge sind nicht bewacht und würden mir einen Goldvorteil bringen. So ein Koboldzirkel ist tatsächlich super, weil er uns jede Woche ein Goldeinkommen bringt, was wir sonst nirgendwo generieren können. Das ist ähnlich wie mit der Windmühle nebenan. Auch die gibt uns Ressourcen, kein Gold, pro Woche, die wir jeweils mal besuchen sollten. Dafür solltet ihr einen zweiten oder dritten oder vierten Helden abstellen, der da ständig hin und her läuft, der gar keine Armee dabei hat, sondern nur diese Ressourcen besorgt. Bevor ich euch gleich zwei Möglichkeiten zeige, wie ihr diese erste Runde weiter voranschreiten lassen könnt, will ich euch erstmal den Stadtbildschirm zeigen. Ganz einfach ist das wichtig, dass ihr natürlich immer wisst, welche Gebäude finde ich gerade in meiner Stadt, welche kann ich gerade bauen und welche brauchen noch irgendwelche Voraussetzungen. Ihr müsst gerade auf der hohen Schwierigkeitsstufe schauen, dass ihr jeden Tag am besten ein Gebäude baut und am besten sollte es auch ein Gebäude sein, das euch voranbringt, wie zum Beispiel das Rathaus oder neue Rekrutierungsmöglichkeiten und im schlechtsten Fall schon direkt Upgrades. Wir wollen in der ersten Woche möglichst viel freischalten und je nachdem, wie ihr vorgeht, seht ihr gleich, werdet ihr verschiedene Ergebnisse haben, denn die Ergebnisse variieren sehr stark, welchen Kampf ich jetzt wähle, welchen Kampf ich nicht wähle, welches Gold ich zum Beispiel für den zweiten Helden ausgebe, für ein Gebäude ausgebe und so weiter und so fort. Das Rathaus bringt dabei täglichen Bonus von Gold, was wir natürlich sehr gut gebrauchen könnten. Die Rekrutierungsmöglichkeiten machen uns stärker im Kampf, selbstverständlich und sowas wie die Titadelle erhöht langfristig unser Wachstum, wodurch wir langfristig mehr Einheiten kriegen können. Genauso wie fast alle anderen Gebäude, die eher einen langfristigen Effekt haben, wie andere Gebäude freischalten und so weiter. Auch hierbei gibt es ganz klar Favoriten, zum Beispiel jedes Mal jedes Rekrutierungsgebäude zu bauen, kommt auch ganz auf die Fraktion ab, was wirklich sinnvoll ist. Wir wollen vor allen Dingen, würde ich sagen, Fernkämpfer haben und dafür irgendeine Einheit, die gut Damage abhalten kann. Gerade gewisse Einheiten müsst ihr maximieren, die entweder, wie gesagt, Fernkämpfer sind oder extrem schnell sind, denn die bringen massive Vorurteile gegenüber zum Beispiel sowas wie jetzt diesen Pikeman, den wir hier haben, den Hellebadir, der nicht wirklich irgendwas Besonderes auf den Tisch legt. Aber während ich hier vor mich hin erzähle, zeige ich euch die erste Strategie. Ich habe einen zweiten Helden rekrutiert, das kostet immer 2500 Gold. Hört sich erstmal irgendwie bescheuert an, denkt aber immer daran, jeder Held, den ihr rekrutiert, kommt mit einer neuen Armee. Diese Armee könnt ihr, so wie ihr seht, was ich jetzt gemacht habe, zu eurer alten Armee ergänzen. Ihr lasst sie also von eurem ersten Helden direkt in der Stadt stehen und nehmt dann eben die neue ergänzte Armee mit. Dadurch habt ihr schon mal eine relativ schlagkräftige Armee, habt noch nichts rekrutiert, sondern alles sozusagen in Anführungszeichen kostenlos bekommen, ohne euer Wachstum zu verschwenden. Und dann könnt ihr mit diesem zweiten Helden nochmal um die Map herumgehen, nochmal schauen, was es noch Neues bietet, was noch Neues dazu kommt. Das ist nicht immer sinnvoll, wie wir jetzt auch gleich mal im Beispiel zeigen werden. Ich entscheide mich jetzt hier, einen Kampf zu kämpfen. Ich bin Kampf auch ein ganz wichtiger Trick. Ihr könnt eure Stacks teilen und zwar könnt ihr mit Shift die Hälfte herausholen und mit SRG-Klick könnt ihr jeweils einzelne Personen herausholen. Macht das immer so mit euren Start-Nahkampfeinheiten, macht die zu Einsatz-Decks, also einzelnen Einheiten, sodass die als Bait, also als Lockvogel dienen, um stärkere Einheiten abzulenken und lange, lange von eurem Fernkämpfer und euren wichtigen Einheiten fernzuhalten. Damit kommen wir zu einem Novum in dem guten Start-Videos. Und zwar zeige ich euch mal den Kampf. Und zwar ist das wichtig, auf der hohen Schwierigkeitsstufe, dieses Kampf mit diesen einen Stack-Einheiten so zu nutzen, wie ich es hier gerade zeige. Ihr positioniert die einzelnen Einheiten unten am Rand, irgendwie wie ihr wollt und oben am Rand positioniert ihr euren Fernkämpfer, gedeckt mit den restlichen Nahkämpfern. Am besten wäre es vielleicht sogar gewesen, das größere Stack noch zu teilen, um wirklich den Fernkämpfer möglichst abzudecken. Wichtig ist aber, dass die einzelnen Einheiten unten euer Lockvogel sein sollen, wie eben gesagt. Und ihr könnt dann sehen, wie gut das funktioniert, dass die KI da immer drauf hinläuft. Das variiert natürlich immer stark, ob es Fernkämpfer sind, dann bringt es nicht zu viel. Es variiert, wie schnell die gegnerischen Einheiten sind und so weiter und so fort. Darauf wollen wir jetzt nicht alles eingehen, das würde viel zu weit gehen. Schaut euch also immer an, wie weit können die Einheiten gehen, wie könnt ihr sie maximal weglocken, sodass eure Fernkampfeinheiten weiter schießen, schießen, schießen können, um euch den Kampf möglichst einfach zu machen, um möglichst wenig Verluste zu haben. Denken wir mal, wenn man richtig gut spielen könnte und nicht so eingerostet ist, könnte man wahrscheinlich sogar noch weniger verlieren als drei Piquiniere oder Helabertiere, wie sie ja heißen. Lassen wir den ersten Kampf erstmal vorbeiziehen. Schauen wir uns an, was denn ist das Ergebnis dieser Vergehensweise. Wir kriegen einmal den Nut von der Windmühle, das wären fünf Edelsteine, natürlich ziemlich cool. Wir bekommen da ein verstecktes Erdhäuflein, das sind acht Erds, was auch ziemlich gut ist und wir bekommen nochmal Gold. Jetzt haben wir aber nur 1800 Gold. Diese 1800 Gold reichen uns natürlich erstmal nicht unbedingt aus, um die besten Gebäude zu haben. Wir konnten zwar noch die Armee tauschen, das heißt unsere Hauptarmee oder Anfangsarmee kann nachher auf jeden Fall nochmal vorangehen. Ihr seht aber jetzt im Bildschirm, wir können nur ein Gebäude bauen, das wäre ein Upgrade, was nicht unbedingt ideal wäre. Die zweite Variante ist dabei wesentlich einfacher. Wir bleiben bei unserem einen Helden und nutzen einfach den Fakt, dass wir vorne so eine Truhe stehen haben, die uns Gold bringt. Wir sehen, dass sie 2000 Gold bringen, also reagieren wir einfach entsprechend und bauen direkt unser Rathaus, was uns 500 Gold pro Runde mehr gibt. Das heißt effektiv in dieser Woche 3500 Gold. Das können wir nutzen, um dann andere Dinge wieder besser zu verarbeiten. Ansonsten bewegen wir unseren Helden einfach wieder die Straße entlang, gucken, dass wir möglichst viel noch einsacken können, das Gold und eben den Koboldkreis. Damit würden wir mit 1800 Gold in die nächste Runde starten, könnten uns also relativ einfach, wenn wir unsere Armee nochmal gut nutzen, um in den Kampf zu kämpfen, wo Gold rumliegt. Einfach nochmal einen zweiten Helden holen und unsere Mobilität nochmal erhöhen. Das heißt der Nachteil in der ersten Runde ist zwar die Mobilität an sich, aber wir haben halt den Riesenvorteil, dass wir ein Gebäude haben, was uns jetzt schon einen Effekt bringt. Und das wirkt jetzt relativ klein und unscheinbar, aber solche Nuancen und solche Entscheidungen sind tatsächlich gerade in den ersten Wochen essentiell. Und das macht gerade so viel Spaß, das Spiel auch auf hoher Schwierigkeit zu spielen. Das macht natürlich auch auf kleiner oder geniedriger Schwierigkeit auch Sinn, da habt ihr allerdings mehr Ressourcen zur Verfügung. Das ist trotzdem da auch sinnvoll zu überlegen, was kann ich jetzt machen, welche Entscheidungen gibt es, die ich treffen kann. Ich finde gerade, als man noch neu ist, kann man das oft nicht so wirklich wahrnehmen, dass es diese Optionen gibt und dass die Möglichkeiten sich da deutlich unterscheiden. Im zweiten Zug habe ich dann jetzt mit der zweiten Vorgehensweise auch meinen zweiten Helden holen können, also keinen gigantischen Nachteil gegenüber dem ersten Zug bekommen. Ich bin mit meinem ersten Helden weiter nach rechts gegangen, war leider ziemliche Fehlanzeige. Ich habe nicht sehr viel bekommen, ich musste sogar noch eine Gruppe von Einheiten umgehen, die Imps, die ihr da vorne seht, und ich habe keinerlei Gold gefunden. Das ist ziemlich schlecht für die zweite Runde, kann ich einfach schon mal festhalten. Passiert aber immer wieder, das Spiel ist halt auch mit seinem Zufallsprinzip oder Zufallskartenprinzip natürlich so gedacht. Jetzt könntet ihr euch sagen, okay, wo können wir jetzt hingehen? Viele von euch würden wahrscheinlich sagen, hey, Omni, du hast doch gesagt, der Koboldkreis, der ist doch eine gute Sache, den kann man jede Woche freischalten. Also würdet ihr nach links gehen. Das ergibt auch eigentlich Sinn. Das Problem ist nur, dass ihr eine verdammt kleine Reichweite habt, wenn ihr von der Straße abweicht, außer ihr habt eine Fähigkeit Logistik. Dann könntet ihr euch das leisten, ansonsten werdet ihr da relativ wenig Reichweite haben und dadurch nicht weit kommen und wahrscheinlich weniger Beute ergreifen können. Natürlich, wir haben es gesehen bei unseren ersten Helden, die Wahrscheinlichkeit, auf der Straße nichts zu erhalten, ist auch vorhanden. Aber man geht das Risiko immer ein, um etwas effizienter zu sein, zu sehen, was in seiner Umgebung so vor sich geht und in der Hoffnung halt eine höhere Reichweite und damit auch potenziell mehr Loot zu bekommen. Bevor ich jetzt meine Entscheidung ausspielen lasse, zeige ich erstmal nochmal auf diese drei Gebäude, die ihr da rechts seht. Das sind nämlich einmal die Zwergenschatzkammer, die Krypta und der Friedhof. Alles drei sind sozusagen Dungeons, die ihr besuchen könnt, wo ihr gegen Gegner kämpfen müsst, die auch ein gemeinerer Setup auftreten als im normalen Kampf. Wo man auch mit seinem Positioning in den Einheitenordnungen, die ihr unten rechts seht, bei unserem Helden, auch einigermaßen strategisch aufpassen muss, wenn man Verluste oder sogar Niederlagen vermeiden will. Wenn ihr die besiegt habt, die Gegner, dann bekommt ihr immer recht netten Loot, Gold und Ressourcen, je nach Stärke, die sich in diesen verschiedenen Gebäuden befindet. Da gibt es verschiedene Stufen, sag ich mal. Je stärker natürlich, desto besser die jeweilige Belohnung. Diese Gebäude solltet ihr, wenn möglich, wenn ihr es langsam drauf habt, also selbst ich musste auch immer mich schon ziemlich austesten, wenn ihr es drauf habt, relativ früh besiegen, weil die geben euch wirklich einen Schlüssel, um das Spiel gegenüber der KI, die einen Vorteil hat, wieder auf gleich, also auf den Balance zu bringen. Denn damit kriegt ihr so viele Ressourcen, dass ihr euch eigentlich gut die Gebäude langfristig auch leisten könnt. Deswegen auf jeden Fall darauf ein Auge geben und einfach probieren, wie genau komme ich damit klar. Um das Ganze abzurunden, gibt es eigentlich noch zwei große Dinge, die ich gerne ansprechen würde. Nummer eins seht ihr jetzt gerade im Video und zwar das Shuffeln von Einheiten und Helden. Kauft halt wirklich nicht nur einen Helden und macht den zu eurem Powerstack, sondern kauft euch immer wieder Helden. Denn diese Helden könnt ihr benutzen, um Einheiten von eurer Stadt zu eurem Helden an der Front zu schaffeln. Das bringt einfach einen großen, großen Vorteil, dass ihr kämpfen könnt vor Ort und nicht hin und her laufen müsst und damit Tag um Tag verbraucht, um halt Einheiten zu besorgen. Die Einheiten können vom zweiten oder dritten Helden locker vorbei gebracht werden und der vierte Held kann dann zum Beispiel noch irgendwie durch die Gegend laufen und letzte Ecken erkunden, um letzte Ressourcen aufzunehmen und er kann auch dann die wöchentlichen Hobartfelder zum Beispiel, Windmühlen und so weiter abgrasen, so dass euer Hauptheld da gar nicht erst mehr zurückgeben muss zur Stadt im Idealfall und ihr alle Einheiten schön gemütlich mit so einer richtig schönen Kette zu dem hin shuffeln könnt, so dass ihr wirklich da diesen Vorteil dort zu können, wie immer effizient seid. Am Anfang hat der Omni euch natürlich erzählt, hey, nehmt irgendeine Fraktion, die euch Spaß macht, die ihr euch gerade anspricht, um das Ganze mal zu üben. Seid ihr aber jetzt langsam drin, versteht so diese Grundmechaniken, versteht langsam, wo ich welche Auswahl zu treffen habe, wo die wichtigen Schritte sind, um effizient zu maximieren, dann solltet ihr natürlich auch die individuellen Fraktionsstärken ausspielen. Denn jede Fraktion hat bestimmte Stärken, hat bestimmte starke Einheiten, schnelle Einheiten, besondere Einheiten, die ganz essentiell sein können. Da erscheinen sich natürlich manchmal auch die Geister, ich bin da auch kein absoluter Pro drin, aber nehmen wir das Beispiel Castle, was wir jetzt ja vor uns haben. Ich habe euch ja frecherweise als Fake News gesagt, baut bitte kein Upgrade am Anfang, das ist relativ schwach. Da gibt es aber eine Ausnahme, zum Beispiel für unsere Armbruchsschützen. Die Armbruchsschützen werden nämlich dann zu Scharfschützen, wenn ihr sie upgradet und haben den gigantischen Vorteil, den ihr jetzt gerade vielleicht gesehen habt, dass sie statt einmal schießen, zweimal schießen können. Was ein unglaublich großer Vorteil ist, denn es heißt einfach doppelten Schaden. Da gibt es keinen Schadensabzug oder sonst irgendetwas. Und damit sind die natürlich in der ersten Woche, und ich habe sie jetzt schon viel zu spät gebaut, aber in der ersten Woche, am besten in den ersten paar Tagen, wenn ihr die Ressourcen finden könnt, ich habe hier zum Beispiel kein Holz gefunden, essentiell. Weil diese Aktion, dass ihr da alles upgradet und die Einheiten dann noch upgradet, schön mit so einem hellen Shuffle, das bringt euch dazu, dass ihr deutlich stärker oder schwierigere Kämpfe gewinnen könnt, mit deutlich weniger Verlusten. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, den ihr ausnutzen müsst. Und sowas gibt es halt bei jeder Fraktion, und auch da gibt es ganz klare Stärken und Schwächen. Manche Fraktionen sind einfach objektiv besser als andere. Außer jetzt bei Horn of the Abyss ist neuerdings wieder ein neuer Patch rausgekommen, der das nochmal mehr balanciert hat. Aber es gibt halt einfach Fraktionen, die sind gerade im Early Game oder generell wesentlich stärker als andere Fraktionen. Das ist leider eine Tatsache. Das habe ich euch ja auch am Anfang schon mit den Klassen erzählt. Und deswegen schaut, dass ihr diese Stärken rausfindet oder euch halt informiert, wenn ihr wollt, und dann auch da dementsprechend spielt. Ja, zum Schluss, auch wenn ich es schon mal erwähnt hatte, gehen wir noch auf ein paar Dinge ein, die so ein paar Tipps sind, die die meisten von euch schon kennen. Das heißt, jetzt können die Veteranen abschalten. Aber ich sage es trotzdem nochmal, Fernkämpfer sind natürlich ein absolutes Muss, wenn ihr effektiv sein wollt in diesem Spiel. Vor allem im frühen Spiel, weil ihr damit halt den Damage minimieren könnt, den ihr bekommt. Und je mehr Einheiten ihr konservieren könnt, weil ich habe euch ja im Spielvorstellung schon gezeigt, dass ihr eben pro Woche nur ein gewisses Maß an Einheiten bekommt. Und das ist auch alles, was ihr habt. Ihr habt zwar ein paar Kniffe, wie man das erhöhen kann, aber an sich geht es erstmal um ein reines Wachstum der Stadt. Das müsst ihr halt auch bewahren. Deswegen sind Fernkämpfer natürlich essentiell. Fürs spätere Spiel sind sehr, sehr, sehr schnelle Einheiten so super gut, weil sie erstmal teilweise über die Map komplett fegen können. Mit dem Wachtemechanismus im Kampf, der auch extrem wichtig ist und den ihr bitte immer nutzen solltet, auch eigentlich alle Gegner dann auskontern können, weil die Gegner zuerst Zug machen müssen, während die schnelle Einheit dann bis zum letzten Zug wachten kann. Es kann den Vorteil geben, dass man als Held dann schnell einen Zauber zaubern kann und so weiter und so fort. Deswegen sind die, wie gesagt, Fernkämpfer im frühen Spiel sehr wichtig, schnelle Einheiten im spätten Spiel. Das sind dann eigentlich so alle Schritte, die man, glaube ich, in den ersten paar Runden beachten muss. Das muss man einfach eintrainieren, man muss Entscheidungsfindung tatsächlich einfach üben. Denn auch ich habe hier natürlich was weggecuttert, wo ich manchmal verschiedene Entscheidungen getroffen habe, die mir im Nachhinein doch als dämlich vorkamen. Um das ehrlich zu sagen, wo ich dann nochmal geladen habe und gesagt habe, okay, jetzt muss ich vielleicht nochmal anders zeigen, um zu verdeutlichen, dass diese Entscheidung einfach besser ist. Deswegen habe ich euch auch zwei Vorhinsweisen gezeigt. Dichtig ist halt, versucht euch einfach mal daran. Versucht mal all diese elf Fraktionen mit Horn of the Abyss mal durchzugehen. Ihr habt da so viel Zeit zu investieren. Ihr könnt damit in diesem Spiel wirklich Stunde über Stunde und hunderte und noch mehr hunderte Stunden verbrauchen. Wenn ihr schon allein die Kampagne durchspielen wollt, aber eben auch einfach über diese Zufallskarten euch immer wieder mit den Schwierigkeiten herausfordert. Das macht super Spaß. Ich überlege aber nochmal, ob ich noch mehr Tipps geben kann, nochmal einen Tipp, Video zu erstellen. Ich habe schon viel hier rausgehauen. Ihr könnt ja auch nochmal gerne sagen, was ihr so meint, was noch wichtig wäre zu beachten. Weil ich ja ganz sicher auch nicht immer alles beachte, wie immer bei diesen Videos, bin ich natürlich auch darauf erpicht, dass es nicht zu lang wird. Und dass die Informationen doch noch relativ anfängerfreundlich sind, aber auch dicht genug sind, sodass man damit auch wirklich praktisch arbeiten kann. Ansonsten, bis ihr weiter zu tun habt, like und subscribe. Ihr könnt oben noch oder unten in der Beschreibung alle möglichen anderen Tutorials finden zu anderen Spielen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.